Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo! Und Epic, schau mal, wir haben hier zwei richtig lange und große Bereiche. Und wir werden heute ein kleines Baubattle machen. Und zwar geht es um Tunnel. Einmal gibt es natürlich einen Pro-Tunnel und einmal einen Noob-Tunnel. Und in dem Tunnel geht es darum, den anderen zu trollen. Das heißt, man muss einmal durch den Tunnel durch und muss getrollt werden. Wir haben hier einmal so ein kleines Entscheidungsding. Das heißt, entweder macht der eine Noob oder der andere Bro. Epic, wenn du möchtest, darfst du zuerst drücken. Ja, ich werde Bro bauen. Oh, ich werde Noob bauen. Oh nein! Oh nein, dann werde ich Bro bauen. Und ich muss sagen, ich hätte lieber Noob gebaut. Hey! Ja, dann hätte ich hier halt, oh nee, ich habe Druck jetzt, dass es so gut sein muss. Willst du tauschen? Nein, ich werde es hinbekommen. Ich will auch nicht tauschen. Sicher? Ja. Na gut, ich werde erstmal natürlich den Tunnel bauen. Dafür werde ich erstmal, ich glaube, ich benutze direkt meine Diamanten weiter. Ich glaube, das ist ganz nice eigentlich. Wenn wir vielleicht hier sozusagen den relativ breit machen, dann habe ich auch natürlich viel Platz. Und dann machen wir erstmal hier so vielleicht bis hier oben. Ja, komm, wir gehen mal ein bisschen höher. Dann gehe ich das erstmal hier schön nach oben bauen. Mach dann noch eine Kuppel oben drüber. Weißt du denn schon, wie du deinen Tunnel bauen wirst? Ja, ich habe schon eine relativ gute Idee. Sicher? Ja. Okay. Machst du trotzdem nice Sachen rein oder sind die nur sehr noobig? Ich werde auf jeden Fall schon relativ schwere Trolls, wenn ich reinbaue. Echt? Ja. Oh, deins wird safe besser als meins. Ich bin sowas so schlecht. Deswegen habe ich die ganze Zeit schon gehofft, ich bekomme einfach Noob. Hey. Weil die Trolls, die sind halt das Problem. Naja, mal sehen, mal sehen. Ich baue jetzt erstmal den Tunnel und dann gucken wir mal weiter. So, okay. Das habe ich jetzt zumindest schon mal gebaut. Ich glaube, wir haben hier tatsächlich sogar eine perfekte Mitte. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Dann haben wir hier den Anfangsblock. Hier startest du. Und hier machen wir dann natürlich auch genau in die Mitte den Endblock hin. Okay. Ich merke, es ist schon Platz hier. Aber auch nicht allzu viel. Das heißt, man muss wirklich gucken und planen, welche Abteile man hier sozusagen macht. Ich werde jetzt mal so ein bisschen abgrenzen, wo ich vielleicht so ein paar Sachen hinmachen möchte. Dass ich mir so ein bisschen überlegen kann, wo was hingehört. Dann hätten wir vielleicht hier so einen kleinen Abschnitt. Hier einen Abschnitt. Hier einen Abschnitt. Und vielleicht nochmal einen längeren Abschnitt hier. Und dann nochmal hier, bis es zum Ende geht. Das heißt, ich hätte eins, zwei, drei, vier, fünf, ja, fünfeinhalb, sechs kleine Sachen, womit ich dich trollen müsste. Ey! Ah, Mann, das ist voll schwierig. Okay, ja, ich werde auf jeden Fall wahrscheinlich ein kleines Jump'n'Run reinbauen. Geh mal weg mit deinen Eiern. So, hier. Das sind keine Eier. Ich merke, das sind Eier. Natürlich. Nein. Ja, ja. Sind es keine, sind es Schneebälle? Geh, hör auf! Oh, ich habe Eier. Ich habe immer ein Hühnchen jetzt. Hör auf! Das rege ich nicht zurück. Lass es. Ich habe niemals Eier geworfen. Ich habe auch keine Eier geworfen. Bist du sicher? Die fliegen immer noch. Oh nein, Epic, aufhören! Nee, du hast ja mal angefangen. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein, jetzt sind hier Hühnchen. Ja, wir auch. Und beim ganzen Tunnel überall. Oh, ich habe eine coole Idee. Oh, mit Hühnchen mache ich was. Oh nee! Na gut, okay. Ich werde erst mal anfangen mit einem kleinen Jump'n'Run, denke ich mal. Und dann gucken wir mal weiter. So, dann haben wir jetzt hier auf jeden Fall, Moment, kann ich euch mal ganz kurz zeigen. Das hier und, oh Gott, es ist ein bisschen schwierig, alles hier zu klären eigentlich. Aber, Moment, so, dann haben wir nämlich das hier. Und ich glaube, man kommt dann hier raus vielleicht. Oder da, so. Ja, ich glaube, das ist cool. Okay, nachdem ich jetzt das hier alles habe und du da lang musst, sag ich mal. Oh Gott, ey, ich weiß echt nicht, wie ich das erklären soll. Habe ich dann noch diese zwei Sachen. Letztendlich muss man ja auch hier rauf. Oh Mann, das ist echt sehr schwierig, sag ich mal. Und ihr seht ja auch schon hier vielleicht, ne? Ja. Ja, ach Mann, das ist so doof, ich kann das gar nicht sagen. Erzähl doch mal. Nee, will ich ja, kann ich ja nicht. Das ist schwierig an der ganzen Sache. Ich kann dir auf jeden Fall schon sagen, Kata, ich bin jetzt bei meinem letzten Troll in meinem Noob-Tunnel. Mhm, bei deinem Noob-Tunnel. Ja, gut. Und ich war gespannt. Oh ne! Was? Ich krieg's mich selber aus mit meinen Trolls. Och, hier sind überall Chicken wegen dir. Wegen dir? Ja, weil du, ach, naja. Ich hab nicht damit angefangen. Ja, gut, hast du recht. Ja, du hast, ich dachte, das sind Eierchen. Och Mann. So, also, ich wäre jetzt fertig. Ich erkläre jetzt nochmal ganz kurz. Oh, oder soll ich es erklären? Oder gucken wir es dann einfach alle zusammen, wie es dann wird? Das ist die große Frage. Ich glaube, wir machen es eher so, dass wir alle zusammen gucken werden. Okay, Epic, das bedeutet, du kannst gerne mal zu mir rüberkommen. Und ich hoffe, dass auch alles so ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Bist du bei mir? Ich komm rüber, ja, warte, warte, warte. Ach so, okay, 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 okay. Und guten Tag. So, okay, oh Gott, ich hoffe, ich hab ein paar Hühner. Ich hoffe, es leckt bei mir nicht. Okay, warte, du kannst ein bisschen hierher kommen, ein bisschen nach hinten. Guck mal. Ja, nee, ja, genau. Und, äh, genau, hier darfst du anfangen. So. Okay, ich dreh mich um. Viel Spaß. Ja, nein, du musst den, guck mal, siehst du da das Ziel? Äh, hier, da hinten. Da hinten, ja, und da steht nochmal, hi. Da musst du hin. Okay, ich starte dann mal hier. Genau, genau. Oh, nee. Ja. Ich hab Blöcke. Ah, Leiternsprünge. Ich hab ein bisschen Angst, hier auf die Kante zu springen. Ich glaub, das ist nicht mehr ehrlich. Mich hinst du hier auf jeden Fall in Slime. Ja, richtig. Oh, nee. Was hast du hier für eine Hühnerfarbe? Ah, ha, ha, ha. So. Oh. Okay, muss ich da lang? Ich bin mir nicht ganz sicher. Man kann natürlich auch mal hier auf der Seite schauen. Nein, Epic. Nee, geh mal lieber hier. Ja, nee, das ist doof. Geh lieber hier anfangen. Okay. Ich weiß nicht. Ich glaub, da kommst du auch gar nicht weiter, wenn ich ehrlich bin. Ha, ha, ha. Ich probier mal. Oh, nee. Nein. Das ist aber auch schwierig mit den Leitersprüngen hier insgesamt. Ja, ich weiß. Oh, jetzt suchen wir eure Blöcke. Okay, ich geh wieder hier entlang. Okay, ersten hab ich geschafft. Ja. Dann geh ich, ui, 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 hier hin. So, kann ich hier? Aha, hier kann ich nicht hin. Nein. Ich könnte eventuell da hinten hin. Ich hab auch Angst, hier weiter zu bringen. Es könnte überall was sein. Guck mal, du bist erst beim ersten. Wie gut ist das denn? Nein. So, das sind Minen? Ja. Das wissen die Zuschauer gar nicht. Das Minen. Du hast es geschafft. Ich glaub, es leckt wirklich ein bisschen. Oha. Gotcha. So, jetzt ist die große Sache. Okay, dann würde ich sagen, ich muss hier nach unten wahrscheinlich hin. Oh, ja. Oh, nee. Haben wir hier ein Labyrinth? Mal gucken. Hahaha. Hier geht es unten entlang? Ja. Okay. Hier könnte auch irgendwo ein Geheimdurchgang sein. Mhm. Moment mal. Was haben wir denn hier für ein Quatsch? Ja, was ist denn das für ein Quatsch? Wo muss ich denn jetzt hier hin? Also, oben ist schon ja nichts. Ich geh einfach mal... Aha. Moment mal. Aha. Hier ist es mit dem Flindenziel. Du darfst dich einfach wegschnetzeln. Falscher Weg. No, no. Haha. Ich geh mal wieder an den Anfang. Du kommst schon irgendwie hier weiter sozusagen. Oh, das ist sehr schwer. Nein. Okay, guck mal, Epi, ich sag dir schon mal, hier sind ja auch überall Barrier-Blocks, ne? Ja. Aber vielleicht gibt es hier ja irgendwo noch einen Durchgang zu den Hühnern. Oh, das ist so schwer. Man sieht es gar nicht. Vielleicht hier auf dem letzten kannst du ja mal gucken, wo du da vielleicht irgendwie... Kann man hier lang? Nee. Nee, da kann man nicht lang. Nein. Ach, ich weiß es nicht. Das könnte überall sein. Man könnte auch springen und schräg hoch müssen. Ja. Kann man das? Kann man das, Epi? Guck mal. Hier. Oh, da ist es da. Oh, shit. Schafft man das? Das ist ja so schwer. Ja, das ist sehr schwierig. Du musst halt genau den Dings hier finden. Aber das schafft man. Okay. Komm ich jetzt so lange nicht... Oh, du musst, guck mal, genau hier hin. Genau da. Warte. Jetzt, komm. Oh, fast. Ich glaube, ich mache es dir ein bisschen leichter. Du musst ja noch ein bisschen was machen. Danke. Danke. Bitte schön. Hier komme ich durch. Ja. Oh, nee. Ich lasse die alle frei. Okay. Oh, Gott. Äh. Ja. Ich komme hier nicht weiter. Such den richtigen Weg. Du hast den Weg gefunden. Oh, je. Ja. Geht es dir lang? Ja, du musst die Wege finden. Ich lasse die Hühner einfach suchen. Oh, Gott. Oh, nein. Das ist ja voll... Das ist allein schon den ersten Weg richtig... Ich komme hier zurück. Oh, Gott. Ja. Oh, noch raus, Hühnchen. Oh, Epic. Oh, das ist voll wies. Ja, die kannst sogar springen. Die helfen mir. Oh, Gott. Oh, das ist sehr gut. Ja, ja. Geht allen richtig... Oha. Die haben ja wirklich den Weg teilweise gefunden. Ja, klar. Na. Hier geht es lang. Nein. Wo geht es lang, Hühnchen? Ja, du hast ja auf jeden Fall noch ein bisschen was. Hühnchen, ich brauche hier auch noch jetzt weitere Hilfe. Oh, Gott. Guck mal. Ja, hier ist noch ein... Ja, ja. Warm, warm. Kälter, kälter, kälter. Warm, warm, warm. Heiß, heiß, heiß. Oh, ich gehe durch. Ah. So, jetzt geht es weiter bei den Hühnern. Ich habe ein bisschen Angst hier insgesamt. Ja, verständlich. Das wollen einfach ein paar Hühner jetzt in Wartemal. Oh. Aber das mit den Hühnern ist natürlich so eine Sache. Durchlaufen, durchlaufen. Ja, aber was ist, wenn man da nicht durchlaufen kann? Vielleicht gibt es ja nur einen Weg. Oh, klar. Kann man durchlaufen. Kannst du da durchlaufen? Ich weiß es nicht. Ja, siehst du? Hühnchen, pass auf. Oh, Gott. Guck mal durch? Ja, es ist vielleicht auch nicht so schlau, wenn du halt dann durchs Hühnchen weggeschnetzelt wirst, ne? Das ist ja auch so eine Sache. Das stimmt. Oh nein, komm ich nicht weiter. Ja, bist schon relativ warm. Ja, jetzt bist du kälter wieder. Da kommst du durch. Ja, ich lebe doch. Als ob du das überlebt hast. Was? Ich kann zum Ziel. Nein. Ja. Warte, was? Du hast es überlebt? Ich habe gekauft. Nein. Ich habe gewonnen. Ich habe nicht gewonnen. Warte. Wie komme ich hier weiter? Oh, ich habe gewonnen. Ich habe nicht gewonnen. Da geht es nicht lang. Hey, ich stecke hier. Wie kommt man denn da hin? Gar nicht. Doch. Von hinten rum. Nein. Ich weiß es nicht. Geh mal wieder an Anfang. Wie soll ich denn da hinkommen? Oh, nee. Okay, Epic. Wie kommt man denn da hinten hin? Geh außen rum jetzt. Ich wollte es von Anfang an machen. Du wolltest links? Da habe ich dir gesagt, das ist falsch. Das hat ja auch gestimmt. Das hätte ich gemacht. Ja, ja. Wie so ein Fies ist das alles hier. Hey, du hast sogar hier. Warte, guck mal, was da unten ist. Das hast du jetzt überblickt. Drapolin. Da kommst du auch nur hoch. Ja, ist auch so. Ja, ja, gut. Jetzt kannst du mal gucken. Das ist nämlich nicht leichter dadurch. Ich stecke jetzt schon wieder auf. Oh, nee. Was soll ich denn jetzt machen? Ja, du musst nach da oben. Es gibt eine Röhre da rein. Und zack, ich bin da zum Beispiel. Ja, das ist ja irgendwie so ein Fies. Viel Spaß. Hey, warte, warte, warte. Ich komme wieder hoch. Oh Gott. Ja, ja. Und. Ich habe gewonnen. Und ja, du hast gewonnen. Sehr gut. Oh, das war so, so, so schwer. So, ich bin jetzt schon bei dir drüben. Ja. Ich habe schon ein bisschen geguckt, ganz kurz. Ey, Moment mal. Darf ich mich umdrehen? Ja, du darfst dich sehr gerne umdrehen. Und, okay, warte mal. Aua. Okay, ich sehe da auf jeden Fall eine Leiter. Oha, aber bei dir ist es ja richtig rund hier. Ja, danke. Ja, gut. Ich gucke auch erst mal auf der... Nee, komm, ich mache jetzt auch erst mal hier den. So, wir gucken mal. Was ist denn hier für so eine Einkerbung? Ja. Was ist das hier? Warum habe ich hier so... Habe ich einen Effekt? M-m-m. Nee, gell? Komme ich hier irgendwie rüber? Kann ich mich hier irgendwie durchsneaken? Ich vertraue dieser Plattform da überhaupt nicht. Ja, egal. Ich gehe einfach mal drauf. Ah ja, okay. Jetzt bin ich wieder hier. Okay. Was muss ich hier tun? Hast du gesehen, was passiert ist, was durch die Plattform gemacht wurde? Ja, ich war ganz kurz da und dann war ich weg. Ich muss wahrscheinlich irgendeinen Hebel ganz schnell drücken oder so. Kann das sein? Ja, das könnte sein. Boah, ich weiß gar nicht, in welche Richtung ich mich drehen muss. Boah, das klappt nicht. Das kriege ich nicht hin. Hä? Boah, wie schnell du wieder zurückkommst. Ja, ja, wie soll ich denn? Ich kann da nichts drücken. Muss man... Oh Gott. Ja, wenn man was drücken muss, dann kannst du aber 100 Jahre warten, bis ich das schaffe. Ich schaffe das nicht. Ich bin nicht so schnell. Ey, ich gebe dir einen Tipp. Du musst nichts drücken. Ah ja, okay. Das ist gut. Vielleicht muss ich dann einfach nur auf die zweite Plattform, weil ich glaube, da müsste ich hin. Also auf das andere Plattform-Ding und dann bleibe ich da. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, so muss es sein. Ah, nee. Ah, ich weiß, was es ist. Ich muss zurück. Wartet. Oh, nein. Ja, ich glaube, oder nach links oder so. Ja, das ist schon eine gute Idee. Ja, du musst dich auf jeden Fall speziell bewegen, dass du sofort wieder von der anderen Platte runterkommst, beziehungsweise gar nicht erst draufkommst. Ja, genau. Aber... Also, es hilft auf jeden Fall, wenn du sehr oft springst oder ein bisschen Glück hast. Aber du kannst auch von verschiedenen Richtungen auf... Aha. Oh, du hast geschafft. Ich hast geschafft. Das gibt es doch nicht. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Oh nein. Oh, du hast schon wieder geschafft. Okay, jetzt bin ich hier. Und jetzt ist hier eine Leiter. Warum ist hier eine Leiter? Kann ich mit der Leiter dahin? Ist die Frage. Oh, das ist ja schwierig. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das kann. Also, du warst da vorne schon sehr richtig. Da geht es weiter. Du warst am allerersten Mal schon perfekt durch eigentlich. Okay. Aber muss ich hier nicht mal was mit Redstone machen? Ja, hier ist was an jetzt. Du musst aufpassen, dass du nicht das wieder betätigst. Sonst bist du wieder zurück. Ah ja, ich muss ja sowieso zurück. Ich komme ja hier nicht weiter. Also, ich muss ja hier... Doch, doch. Du warst schon richtig. Ja, ja. Achso, hier bin ich richtig. Nein, ich war davor richtig. Guck mal. Ja, ja. Aber ich kann ja, wenn ich... Aber wenn ich jetzt hier draufgehe, werde ich schon wieder zurück teleportiert. Hä? Du standest schon da oben. Ja, ach so. Ah. Okay. Und jetzt haben wir hier... Was ist das denn? Was ist das? Ich habe dir schon mal hier den richtigen Weg markiert, wo du entlang musst. Hä? Da gehe ich aber gar nicht lang. Doch, doch. Ja, hier ist doch rot. Also heißt es hier... Nicht lang. Nicht lang. Und in der Mitte kannst du lang. Ja, aber entweder... Also, entweder du trickst mich halt so aus und das ist eigentlich wirklich der richtige Weg. Ich gehe einfach mal den Weg. Ja, war richtig. Hätte ich gedacht. Das ist jetzt schlecht. Ja. Was ist das? Ich bin auf dem Run hier. Hä? Wie soll ich das schaffen? Das geht doch gar nicht. Hä? Und wo ist jetzt hier der Dingsblock? Ist der hier einfach irgendwo? Nee, du musst dich ja schon auf diesen Diamantblock. Genau auf diesen musst du drauf schauen. Ach, das ist der... Der ist der Gewinnerblock. Ja, das ist das Ziel. Aha. Ja, gut. Okay, warte mal. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ganz kurz, ob hier oben auch irgendwas ist. Nee, du darfst dich über die Bäume dich rüberschummeln. Ach so. Nee, okay. Ja, gut. Alles gut. Alles gut. Mach ich nicht. Ja, jetzt ist aber die Frage, wie schaffe ich es denn hier also nach da oben? Es gibt doch einen Weg, den du erreichen kannst, wenn du hier vorne zurückläufst in die Richtung, aber nicht da durchlaufen. Nicht da durchlaufen? Nein, nicht hier durch. Nicht hier durch? Mm-mm. Ach so, wenn ich dann hier irgendwie hochgehe oder so und dann ist... Ah, hier ist es. Aha. Oh, sehr gut. Gewonnen. Okay, ich muss sagen, es war schon schwierig, aber ich habe es mir noch schlimmer vorgestellt. Ich dachte, bei dir kommt jetzt hier kompletter Abriss. Oh, ich habe es einigermaßen ganz gut gemacht. Aber das war cool. Okay, also das hatte ich nicht ganz gesehen hier mit dem, äh, mit dem einen, mit der einen Leisure Blade. Ja, das ist nur die eine Sache, wo mich hier drüber kommen kann. Ja, die ist schon, die ist schon nicht schlecht. Vor allen Dingen, man denkt ja auch nicht, dass man hier so bei der Abrollung eigentlich hoch kann. Hast du gut gemacht. Gefällt mir. Aber ich muss sagen, ich bin dir sehr dankbar. Du wirst ja auch hier richtig fies jeden wieder zum Anfang machen können. Das heißt, du hast es schon echt nett gebaut eigentlich. Das meintest du schon fast fieser, finde ich. Und, Leute, ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, welcher Tunnel euch besser gefällt. Epics Noob-Troll-Tunnel oder mein Bro-Troll-Tunnel. Was ein Zungenbrecher. So, das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.